Herzlich willkommen zu unserem kleinen Video über Längenmaße. Wir präsentieren euch nun folgendes Längenmaß. Die Fingerbreite. Sie ist im Durchschnitt 18 cm lang und reicht vom kleinen Finger bis zum Daumen. Die Elle. Sie reicht vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen und ist im Durchschnitt 50 bis 80 cm lang. Das Klafter. Das Klafter entspricht der Spannweite der ausgestreckten Arme. Der Fuß. Er ist eines der ältesten Längenmaße. Je nach Landmaß sie ist er 28 bis 32 cm. Das Klafter. Das Klafter. Das Klafter. Das Klafter. Das Klafter. Das Klafter.